So, heute sind wir hier im Transporter-Raum-Studio mit Moses Schneider. Eine große Freude, dass du mich hier empfängst. Vielen Dank. Am frühen Morgen. Schon wieder ein Interview am frühen Morgen. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet mit Audio-Leuten immer morgens Interviews mache. Keine Ahnung, wir werden ja auch alle Eltern haben, Kinder, dann sind wir auch früher wach wahrscheinlich. Ist so. Na, habe ich schon gesagt, Moses Schneider. Ich fange mal mit den Standardfragen an. Alter? 51. 51 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die letzte Hälfte ist um. Ich würde sagen, es fühlt sich eher nach zwei Drittel an. Dreiviertel? Ja, geil. Mal sehen, was wird. Ja, super. Berufsbezeichnung. Meine Berufsbezeichnung. Wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Ist es das, wo man sich berufen fühlt oder mit wem, dass man sein Geld verdient? Was meinst du genau? Ich könnte die Frage splitten in, womit verdienst du dein Geld und was wäre deine Berufung? Wenn deine Berufung Fußball spielen wäre, dann würde ich sagen, okay, wir müssen reden. Nee, also als Musikproduzent verdiene ich mein Geld. Und mein Beruf ist, sich irgendwie um Menschen und Musik zu kümmern. Finde ich ganz geil so. Ja, super. Also sonst, wenn es nicht so wäre, würde ich ja eher mit Maschinen arbeiten. Aber Tatsache finde ich immer, dass, wenn man sich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss, finde ich, das ist ein super Gefühl. Aber Maschinen meckern nicht. Ist das ein Vorteil, wenn Menschen auch mal... Ja, ich langweile mich sehr schnell von mir selbst. Sagt man das von mir selbst, ja. Weil ich, also ich brauche schon so ein Gegenüber. Ich mache ja auch etwas für andere Menschen. Also ich mache ja Musik, die hoffentlich vielen Menschen gefällt. Und anscheinend. Hoffentlich. Hoffentlich. Du verkaufst da in den Bands, die du machst, sind ja jetzt nicht gerade runtergegangen, seitdem du das machst. Nee, die sind aus anderen Gründen runtergegangen. Nee, also mit Menschen zusammen Musik zu machen, das ist eine Berufung. Das macht Spaß. Dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf. Aber dann ist der Job, wenn du die Aufnahmen gemacht hast und du sitzt dann am Rechner und machst einen Mix oder bereinigst schon mal eine Vocalspur oder so, ist ja dann doch ein einsamer. Ja, ich finde, das ist aber auch die Demut. Also man muss sich auch mit solchen Dingen beschäftigen. Man muss auch manchmal, obwohl man live aufgenommen hat, ohne Klick, manchmal bei einer Stelle so einen Klick mal anlegen, weil man merkt, hier eiern sie alle rum. Und warum nicht einfach mal ein Lineal zur Hilfe nehmen? Ist auch sau anstrengend, weil du ja alle Spuren zeitgleich schneiden musst. Gerade auch wegen des Übersprechens und so. Und manchmal muss man halt sich für sehr breite Einsen entscheiden. Und ja, und dann sind es so, da wird es dann sehr schnell zum Job. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Es gibt halt die Momente, wo man abfeiert und es gibt die Momente, wo man halt sagt, okay, hier muss man nochmal ran. Ja. So, und dann sind doch alle Hilfsmittel erlaubt. Dann ist wirklich alles erlaubt. Das heißt, du bist nicht der Fanatiker, der sagt, das Einzige, was ich benutze, ist wie früher beim Band eine Klinge und ich kann nur hier verschiedene Teile zusammenfügen. Sondern du sagst schon, ich kann auch mal mit dem Skalpell an die einzelne Spur rangehen und wenn die Bassdrum verrutscht ist, dann schiebe ich sie halt auf die Eins. Ja, also was nutzt mir das Dog mal, wenn es gegen die Musik spricht? Oder wenn da was passiert, wo man rauskommt aus der Sache? Ja, oder du einen geilen Take hast und nur die eine Bassdrum daneben sitzt. Ja, das wiederum. Wenn es nur diesen einen Take gibt und das ist ein super geiler Take und dann kommt halt so eine Bassdrum dazu, die dann an dieser einen Stelle, muss man sich fragen, ob das charmant ist. Also ich finde, charmante Sachen darf man immer stehen lassen. Ja, das stimmt allerdings. Wenn es nicht charmant ist, muss geholfen werden. Sollte geholfen werden. Und es darf auch, dafür sind die Hilfsmittel ja da. Ja, so ist es. Ja, genau. Deine erste Single, die du dir gekauft hast? Ich habe mir nie eine Single gekauft. Insofern gibt es keine erste und keine letzte. Ich finde das fantastisch. Ich habe die Frage jetzt schon mehrfach gestellt und alle Leute, die wirklich intensiv in diesem Business arbeiten, sagen, ich bin immer Albumkäufer gewesen. Ist das bei dir auch so? Dein erstes Album? Mein erstes Album hat mir mein Vater geschenkt. Kann ich mich nicht daran erinnern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine war entweder Amagama, wie hießen die? Oh Gott. Oma Gumma. Oma Gumma von Pink Floyd. Amagama von Pink Floyd. Das Doppelalbum. Ja, das Blaue mit diesem komischen Muster drauf und mein Muster, ob das ein Amöbel ist oder was? Nee, das ist hinten. Hinten ist das wichtige Bild, wo sie alle Instrumente und alles, was sie benutzt haben bei den Studioaufnahmen sozusagen, wurde so aufgebaut. Okay. Und das hat mich total beeindruckt. Komplett geflecht. Ich warte da so, boah, da liegt alles, was sie benutzt haben. Das sieht ja klasse aus. Und es war auch so ein bisschen Hörspielmusik. Es gab viel Sounddesign auf der Platte. Jo, allerdings. Und die andere Platte, nicht ganz Oma Gumma, sondern Inna Gada Davida von Iron Butterfly. Kannst du mal sehen. Und kann mich bis heute noch an das Schlagzeug-Solo erinnern. Ich könnte es, glaube ich, jetzt vorsingen, das Schlagzeug-Solo. Es gibt so Sachen, wo man jede einzelne Note kennt. Ja. Und das Faszinierende war, es war ja nicht nur ein Schlagzeug-Solo, sondern es war ja ein Phaser drauf auf dem Schlagzeug-Solo. Ach so. Und es geht zwei Minuten das Solo. Man tanzt so durch zu einem Solo, Drum-Solo. Aber war das damals schon ein analoger Phaser? Gab es das Gerät Phaser damals schon? Natürlich, ganz sicher. Von wann ist denn das? Das muss ja 67, 68 gewesen sein. Jo, ja. Aber da waren die ja gerade mit einem Tape-Echo beschäftigt oder mit einer Halbplatte im Zweifel erstmal, ne? Nee, nee. Ich glaube, das war später. Das war später gewesen. Das war später. Das war Anfang 70. Definitiv. Ja. Ja, sehr cool. Und dein erstes Konzert. Jetzt habe ich dich. Mein erstes Konzert, großes Konzert. Wo du sagst, okay, das ist für dich als erstes, also jetzt nicht Jugendzentrum, irgendwie die örtliche Punkband, sondern wo du sagst... Wenn nicht Jugendzentrum, dann war es Queen, das Live-Killer-Album, die Tour, wo sie mit We Will Rock You angefangen haben. In der Deutschlandhalle, 1900, ich weiß es nicht mehr, 79. Also bist du auch mit A Night at the Opera quasi auch mitinfiziert worden? Ich bin mit A Night at the Opera groß geworden und das Album danach hier, da wo eben, Gott wie hieß denn das, das mit dem Monster, diesen riesen Roboter-Monster, also wo We Will Rock You drauf ist und We Are the Champions natürlich. Okay. News of the World. Siehst du, ja, damit kann man auf jeden Fall abgeholt werden. Und Vincent Sorg ist übrigens auch mit diesem Album groß geworden. Er sagte, das wäre sein erstes gewesen und er war leider der Fluch der späten Geburt nicht mehr in der Lage, Queen live zu sehen. Ah ja. Doof gewesen. Ist dann Fan der Einzelmusiker geworden. Sehr schön. Moses, du bist ja eigentlich die Größe für Live-Recordings quasi. Aber jetzt nicht live im Sinne von live auf der Bühne vor Publikum, sondern du stehst dafür, dass du Bands da aufnimmst, wo sie sich am wohlsten fühlen, wo sie am meisten loslassen können und wo sie zusammen agieren, das heißt im Proberaum, im Zweifel. Zum Beispiel. Und hast du auch ein Buch darüber geschrieben? Ja. Das ich auch gelesen habe. Ich blende euch mal einen Link ein hier. Kann man immer noch kaufen. Wo ich persönlich für mich einiges rausgezogen habe, obwohl ich ja Einzelmusiker bin. Aber ich habe schon mal ein Video zu deiner Wurst gemacht. Okay. Ich bin großer Fan von diesem einen Mikrofon, was auch bei mir mitten im Schlagzeug drin steht. Aber wie zum Teufel bist du da drauf gekommen? Ich meine, ein Overhead ist es ja nicht wirklich. Und so mal eben an die Stelle rutscht ja ein Mikro nicht eben dazwischen. Ja. Tja, die Wurst. Die Entstehung der Wurst. War 1996 oben im Tritonus-Studio. Im Januar, glaube ich. Das war die Band Pornomat aus Hamburg. Und wir hatten als Overhead, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber es klang sehr schön. Und dann, es klang sehr nach Hi-Fi. Wir nannten es die Käseglocke. Also es war so eine, über den Drums war so eine Art Käseglocke, die sehr schön klang. Und wir brauchten quasi ein Gegenstück. Was hat nichts in der Käseglocke zu suchen? Die Wurst hat nichts in der Käseglocke zu suchen. Okay. Und es war auch klar, was es machen sollte. Es musste quasi das totale Gegenteil von der Käseglocke sein. Also Mono und keine Höhen und saudreckig. Und voll kaputt. Voll kaputt. Ja. Und was passiert, wenn man das Mikrofon quasi so in die Mitte packt, dann packt man quasi die Käseglocke oben drüber und dann guckt man mal nach, welche Trommeln man noch so braucht. Ja. Und fertig war der Drum-Sound. Das heißt, theoretisch hättest du Bassdrum-Mikro, Käseglocke und Wurst gebraucht. Und wenn ein Tomfüll kommt, ein einzelnes Tom dazu gemischt. Oder wie hast du es dann gemacht? Ja, natürlich. Meistens, also die, natürlich war das am Anfang noch so, dass die Wurst, ich sag mal, leise dazu gemischt wurde. Das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert. Also bei mir ist, wenn ich was mache, die Wurst quasi immer das Lauteste. Ja. Damit stelle ich den Grundcharakter der Drums ein, die Farbe, den Schweiß, den, was weiß ich auch immer. Die Hauptenergie quasi, ne? Genau. Deswegen ist es auch wichtig, wenn das Übersprechen da ist. Also wenn die Gitarren und so alle in diesem Mikrofon drin sind, dann ist das eine Garantie dafür, dass es auch ein brennender Take wird. Also beim Mischen bleibt auch. Ja, das spielst du aber auch dann die einzelnen Spuren zusammen. Also als Einzelmusiker ist die Wurst gar nicht so spektakulär. Ich finde sie zum Zusammenspielen mit der gesamten Band halt fast noch wichtiger. Weil sie alles stabilisiert. Wenn der Gitarre nach links gepannt ist, sie bleibt in der Mitte dadurch. Oder zumindest drei Meter weiter. Die Aura drei Meter weiter bleibt da hinten in der Wurst kleben. Und du kommst nicht in die Situation, dass du, wenn du eine Gitarre links aufnimmst und eine Gitarre rechts aufnimmst, noch eine in der Mitte aufnehmen musst, damit das Gitarrenbrett sich über das ganze Stereo quasi zieht. Wenn du nur links und rechts hast, fehlt immer was in der Mitte. Okay. Jeder kennt das, die Gitarren so. Es sind immer drei Gitarren, bei denen die nicht mit Live-Aufnahmen oder mit Übersprechung arbeiten. Und die spare ich mir schon, diese dritte Spur. Weil es ja in der Wurst drin ist, die Gitarre. Letztlich. Ja, ja, Wahnsinn. Das heißt aber auch, dass du, nimmst du die Wurst dann auch, wenn du nur Schlagzeug-Solo aufnimmst? Ich meine, du machst ja nicht immer komplette Band, aber du hast das auch immer dazwischen. Ja, wenn ich Schlagzeug-Solo aufnehme oder wenn ich für Produzenten als Toningenieur arbeite, dann baue ich mehrere Würste auf. Die sind auch alle an derselben Position. Das sieht dann so aus wie früher bei Pressekonferenzen. So viele Mikrofone auf einem Haufen. Und das ist dann quasi dieses Bundle von Mikrofonen. Das Wurst-Area. Genau, das ist das Wurst-Area. Das mache ich aus folgendem Grund, dass die, dann habe ich keine Laufzeiten zwischen dem Mikrofon und kann halt die verschiedenen Charaktere oder Klangfarben, was immer man da noch so erwischt, miteinander verbinden. Das heißt, man kann eine sehr aufwendige Wurst gestalten. Und besonders lustig wird es dann, wenn man auch noch ein Stereo-Mikrofon benutzt. Dann hat man eine Stereo-Wurst innerhalb des Drums und gibt es auch eine super Aufnahme von und zwar das letzte Seed-Album. Da habe ich die Drums aufgenommen und dann habe ich den Mixer, Olsen, gefragt, so nach einem halben Jahr oder so, sag mal, hast du die überhaupt verwendet, die Stereo-Wurst? Und er meinte, ey, Alter, voll geil. Natürlich, voll on, mega geil. Also da freue ich mich natürlich, dass die Leute so einen Spaß dabei entwickeln, wenn sie da die Würste hochziehen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe das auch. Ich bin jetzt nicht der weltbeste Schlagzeuger, aber bei mir steht der halt im SM-750 auch mitten im Schlagzeug und ganz ehrlich, ich bin nicht so bewandert im Snare-Sound hinkriegen, aber wenn ich die Wurst dazu schiebe, klingt das immer gut. Das ist so. Super. Wenn du sagst, dass du die, wenn du eine Band aufnimmst und die Wurst dann quasi auch für den Mono-Anteil nimmst. Ja. Checkst du deinen Mix in Mono? Ist das wichtig für dich oder ist das eher Wumpe? Ich, äh, äh, klar, wenn ich leise arbeite, sprich, wenn ich zum Beispiel Vocals schneide zu einem, zu einem Lied, dann mache ich das meistens Mono und leise und links in der Ecke. Komischerweise links, nicht rechts, muss links sein. Und es muss, äh, es herrscht dann eine homöopathische Lautstärke. Also es ist so leise, dass sämtliche Lüfter und so sind genauso laut wie die Mucke letztlich. Okay. Und, aber wenn man sich darauf so ein bisschen eingruft, äh, dann hört man eigentlich sehr genau, was da abgeht und ob der Sänger irgendwie den Ton kriegt oder ob wie der Ausdruck ist, finde ich. Und, äh, und dann merkst du ja, du schiebst dir, um das zu beurteilen, schiebst du die Musik ja so hin, dass sie auch in Mono gut klingt. Also insofern Mono, ich mache das nicht mehr so, ah, bin ich noch Mono-kompatibel? Also technisch hat das eigentlich keine Bewandtnis. Tatsache, wenn ich mit Brettgitarren arbeite, mit Links- und Rechtsgitarren, äh, checke ich in Mono, wie laut ich werden darf mit der Gitarre? Ja. Ich natürlich, wenn ich in Mono bin, sind ja die Gitarren automatisch 3 dB leiser, wenn ich Mono abhöre. Ja, ja. Das heißt, ich bin mutiger, wenn ich die Gitarren fahre in Mono. Verstehst du, was ich meine? Weil ich sie ja 3 dB leiser wahrnehme in Mono und 3 dB ist ein Riesenunterschied. Absolut. Genau, und dann zählt jeder Millimeter. Und irgendwann merkst du so, boah, ich freue mich gleich, wenn ich auf Stereo umschalte, weil dann die Gitarren ja automatisch lauter sind. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, gibt es rund eine Frequenz, die mich jetzt noch nervt an der Gitarre. Es ist eine hohe Frequenz, es ist eine tiefe Frequenz und wenn man die dann engbandig rausdreht, sind diese Gitarrenwände einfach ein schönes Gefühl. Das ist einfach voll geil. Und gerade auch so, wenn man sich so schwedische oder englische Mixer anhört, wo halt die hohen Mitten angehoben sind, diese 4 kHz, die berühmten, die wir ja immer rausdrehen. In Deutschland ist ja 4 kHz-Hasser und die Engländer machen das halt ganz gerne und so. Und dann ist es halt geil, wenn man in diesem Bereich dann halt nur ganz eng eine, also wirklich die Oberfrequenz, die wirklich nervt, wenn man die rauszieht, dann bleibt es nämlich so klar und so hell und trashig und so. Das ist schon ganz geil. Und wenn du dann die Gitarren hart, links, rechts, panzt, gibst du denen dann auf der gegenüberliegenden Seite noch den Hall dazu? Nee, das brauchen wir nicht. Das habe ich in den Drums drin. Okay, alles klar. Das ist ja in den Drums drin. Ich brauche danach sonst keine räumliche Information mehr im Sinne von, wo muss ich etwas platzieren, weil, wenn du das Buch gelesen hast, ist dieses, boah, ja klar. Nee, ist ein bisschen her, ich gebe es zu. Nee, aber da geht es um die Symmetrie. Das heißt, dass man egal, wo man ist, egal in welchem Raum, egal welcher Aufbau, man sollte darauf achten, dass wenn man die Overheads hochzieht, dass man eigentlich anhand der Overheads erkennen kann, wer saß oder wer spielt auf welcher Seite. Und wenn du das auf den Overheads schon hörst, ach, da ist der eine Gitarrist, da ist der andere oder was weiß ich für ein Musiker. Dann ist die Bühne schon bereitet. Genau. Und dann kannst du alles auch in diese Richtung hinpacken. Das heißt, du gewinnst erstmal unfassbar viel Transparenz. Allein dadurch, dass du dich an das vorgegebene Panorama richtest. Es macht keinen Sinn, bei einer Live-Aufnahme später links und rechts zu verdrehen oder so. Man kann das machen, mache ich ja manchmal, wenn es so sein soll. Aber eigentlich fängt dann der Matsch an. Sondern geiler ist es, genau dahin zu panen, wo es ist und so weiter. Also dann entsteht viel Transparenz und damit eben auch viel mehr Druck, als man denkt. Gerade bei einer Live-Aufnahme. Das heißt aber, du hast im Raum dann auch keine Raummikros mehr zusätzlich stehen und du nimmst die Overheads als Raummikros quasi auch oder als Basis? Ja, meistens arbeite ich ja mit Bands, die gar nicht mehr so viel Budget haben, um in ein Studio zu gehen. Und dann brauche ich auch kein Raummikrofon oder an ein Raummikrofon zu denken, weil es meistens ein Proberaum ist. Ja, ja, genau. Und ein Proberaum ist, wie gesagt, immer klein und eng und muffig. Und wer möchte schon eine Spur haben, die heißt klein, eng und muffig. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, aber es kann ja sein, dass du, wenn ich mit der Band in ein Studio gehe, dann suche ich mir den Raum dazu sehr genau aus. Wenn ich also merke, oh, die sind eher so Punkrock-mäßig unterwegs, dann nehme ich lieber eher einen dunkel klingenden Raum. Also nicht hell im Sinne von, wenn ich die Möglichkeit habe. Also wenn Budget und wenn die Möglichkeiten da sind, dann merkst du, ach, das ist eine langsame Band, das ist ja super. Oder die arbeiten halt mehr so mit langsamem Tempi. Und die kann man natürlich dann in große Hallen schicken. Ich hatte jetzt gerade die Idee, falls du im Proberaum bist und du sagst, ey, ich habe nur eine SM57 über, da stelle ich meinen Flur und lasse die Tür ein bisschen auf, dass ich das aus Spaß mitnehme. Kann man machen. Kann man machen, wenn es keinen Flur gibt. Und wenn es erlaubt ist, die Tür beim Proben aufzumachen. Ja, in der Zeit. Nachher bei den Beatrix geht es so, da gibt es eine Absprachetatsache mit den Nachbarn. Nach 18 Uhr darf man bei offener Tür mal das, also man darf das Mikrofon immer in den Gang stellen. Sehr geil. Hat keiner was dagegen. Wenn du dann in den Proberaum reinfährst, was hast du dann für ein Setup da am Start? Du wirst ja sicherlich irgendwie ein sehr kompaktes Rig haben, wo du irgendwie Audiointerface drin hast. Du nimmst es sicherlich mit einem Laptop auf oder nimmst du einen Desktop-Rechner mit im kompletten irgendwie? Wie machst du es? Gute Frage. Habe ich noch nie gemacht. Meistens haben die Bands dann selber schon Equipment. Ich benutze das Equipment von der Band, was da ist. Es wird gegebenenfalls, werden die Kumpels angerufen, der hat noch ein Mikrofon, der hat noch einen extra Wandler, der hat einen vollgeilen Vorverstärker und damit nehmen wir denen das und das auf und hier habe ich noch das und das Mikrofon. Das wird gesammelt. Was man immer meistens braucht, ist noch eben eine Anzahl an funktionierenden Stativen. Und XLR-Kabel braucht man auch noch und die müssen irgendwie dann in diesen Wandler rein. Und danach ist immer alles cool, wenn das geklärt ist, haben alle Spaß. Das heißt aber, du fährst nicht mit einer großen Voodoo-Wunderkiste durch die Gegend, wie es die im mobilen Studios ja heutzutage gibt, sondern sagst, nö, damit kann ich arbeiten. Das heißt aber auch, dass das Material heutzutage kaum noch so schlecht sein kann, dass man damit nicht irgendwie gute Musik hinten raus machen kann. Ganz ehrlich, ich habe ja noch echt, also ich sage immer so, es gibt keinen schlechten Wandler, es gibt den Wandler, den du da vor Ort hast. Das ist so und deswegen wird der Song nicht besser, deswegen wird die Performance der Band nicht besser, wenn du dich darüber aufregst, was du für einen Wandler hast. Also das ist, das ist, das alles Entscheidende passiert vor dem Wandler und vor dem, ja, natürlich und klar, Mikro ist schon wieder, sollte man darauf achten, gibt es auch so Regeln. Je besser das Mikrofon, desto mehr benutze ich es eher für Overhead oder so, wenn ich merke, dass ich die einzige große Information, also über dem Drumkit, das ist eine große Information, da muss ganz viel eingefangen werden, dann nehme ich das teuerste Mikrofon mit dem teuersten Wandler-Pre-Amp, denkt ihr irgendwas aus, alles was das teuerste ist, packe ich wahrscheinlich in diese Position. Ja, weil das die Basis deines Sounds ist dann am Ende. Ja, den Rest kann ich mit Close-Mikrofonierung da irgendwie da was anschließen, also die, also kann, da müssen es nicht mehr die teuersten Mikrofone sein, weil jeder kennt es auch, selbst ein SM57 klingt gut in der Bass drum. Ich habe neulich, sagte jemand auch genau diesen Spruch, die Magie muss vor dem Mikro stattfinden, wenn du dir Woodstock anguckst zum Beispiel, das ist ja live aufgezeichnet und abgemischt worden und klingt ja jetzt nicht so scheiße, es gab nur einen einzigen Mikrofonyp bei dieser Aufnahme, das war ein SM58 glaube ich, das heißt also sowohl Schlagzeug, Gitarren-M, Joe Cocker oder wie sie alle hießen, 58, bitteschön, kostet im Laden neu 100 Euro. 150 meinetwegen auch, aber eben nicht 1000 oder sonst was irgendwie. Wenn du dann Vocals lecker machen willst, also sag mal, du machst dann Overdubs, nimmst du die dann hier im Studio auf und sagst, komm doch mal vorbei, ich habe hier ein, was weiß ich, ein U47, 87, sonst was irgendwie stehen und wir machen das nochmal lecker? Ja, kommt vor. Also meistens ist es so, dass man in der Planung schon sagt, die Gesänge nehmen wir dann bei mir auf und dafür ist der Platz ja hier auch da und hier gibt es auch eine gute, ich nenne es immer eine gute Aufnahmekette mit einem guten Mikrofon, Vorverstärker, Kompressor, Equalizer und dann gehe ich in einen guten Wandler. Hier im Raum oder hast du einen Vocalboost? Ich habe eine Vocalboost, aber mittlerweile durch diese ganzen kleinen Veränderungen hier ist der Raum hier eigentlich der bessere Raum sozusagen. Und dann mit Kopfhörer oder lässt du das über deine Monika laufen? Nö, ich bin mit Kopfhörer, also der eine hat einen Kopfhörer, ich habe keine Kopfhörer, ich höre unfassbar leise, homeopathisch auf der linken Seite, der Sänger steht rechts von mir, ich höre unfassbar leise auf der linken Seite, im Mono. Und es ist dann so, dass du merkst eigentlich bei einer Gesangsaufnahme, ob der Sänger in Time ist und ob er in Tune ist, weil wenn du dich nicht bewegen kannst dazu, also dich mitkriegst, wie er sich bewegt und irgendwo ist mit dem Gesang, dann merkst du schon, ah, Timing ist heute nicht so gut, Timing schlägt aber immer Tuning. Ja, das ist richtig. Und dann merkst du auch so, manchmal ist ja das Timing super und dann merkst du aber, was, sag mal, in welcher Tonart sinkt der gerade, weil links kommt irgendwie was anderes raus, als was ich rechts höre, muss man dann sehen, ah, okay, das ist Blue Note die ganze Zeit. Ja, wenn es den Weg findet, irgendwann dann dahin, ne? Aber Timing geht vor Tuning und demnach, also kann es ein guter, also dem sollte man auf jeden Fall immer besonderer Aufmerksamkeit sein. Ich bin witzigerweise vor kurzem nur auf der Beatstakes-Seite gewesen und hab da, da war ein YouTube-Video, ähm, war das die Beatstakes-Seite? Ich weiß gar nicht, irgendeine Seite auf jeden Fall, da war ein YouTube-Video. Da stand drauf, die singen Valerie. So, die Sängerin singt Valerie von Amy Winehouse. Und, äh, da saß jemand am Rhodes, gab also den Akkord vor, sie fängt an zu singen und hat eine richtig geile Stimme mit Kratz und allem Schmack dabei, was dazu, allerdings ein Ton zu tief. Oh. Und sie hat allerdings auch 30 Sekunden lang nicht gemerkt, dass das Rhodes, also vielleicht war es einfach zu leise für sie, dass das eine andere Tune hatte als sie. Sie hat dann den Weg gefunden, alles gut irgendwie, aber, aber da war es dann so, das, was sie rübergebracht hat, das hat entschädigt für das, dass sie dann leicht daneben gesessen hat. Das war einfach, das hatte schon echt Eier, das was sie dir gemacht hat, das war echt geil. Ja, dann war doch das Rhodes verstimmt. Außer Frage, nein, der Keyword hat sich daneben gegriffen, völlig logo. Was kann denn die Sängerin dafür? Sehr schön. Du arbeitest hier mit Logic, habe ich gesehen. Ja. Aus Überzeugung oder weil es da ist? Weil es das Erste war, mit dem ich gelernt habe, was ich entdeckt habe. Damals hieß es noch Notator. Auf dem Atari. Creator. Creator. Creator, dann Notator, dann. Ja, also ich habe jedes, jedes Ding mitgemacht, jedes Ding. Also eine tiefe Verbundenheit, du kennst jeden Kniff, jedes Keycommand, jedes, was ist das? Ja, die habe ich aber alle, ich bin, ich bin immer noch der komplette Dussel auf diesem Ding. Ich kann immer noch nicht Keycommands einstellen, alle lachen über mich und ich muss jedes Mal, wenn ich neu anfange, mir ein neues System auflade, die neuen Keycommands lernen, was ja auch sinnvoll ist, weil es gibt ja auch neue Möglichkeiten. Ich muss halt, aber ich habe halt, die, sag mal, die Lernkurve ist nicht so steil. Sondern es erklärt sich eigentlich alles ziemlich von selbst und selbst wenn man dann mal auf Cubase arbeitet oder auf Pro Tools, merkst du, es sind immer dieselben Sachen. Also wenn du merkst, ja natürlich, ich muss jetzt irgendwo hinrouten, es gibt ein Input, es gibt ein Auto. Das ist alles so, jeder Mensch kann sich im Grunde genommen an irgendeine DAW setzen und anfangen zu arbeiten. Theoretisch, ja, ich habe das Problem, dass ich mit Cubase den Weg nie gefunden habe. Ja, mir ist es zu bunt. Ich verstehe die, außerdem ist es, glaube ich, bei mir muss der Fader rechts sein. Es gibt doch so, ich glaube, bei Cubase ist ja links der Fader und verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Von der Optik. Ja, genau. Bei Cubase greife ich immer neben den Falschen. Ach nee, schon wieder den Falschen benutzt. Nervt voll, Leute. Für mich das Schlimmste war... Aber wenn es das Einzige ist, mit dem ich arbeiten kann. Ja, ja. Aber für mich das Schlimmste war, als sie damals, ich arbeite immer mit einer großen Tastatur, weil ich den Nummernblock brauche beim Logic. Und als sie damals Start-Stop umgedreht haben und an den Rest der Welt umgepasst haben, also früher war Start-Stop, ich glaube, Null und Enter oder... Ich kann es auswendig, aber ich könnte dir nicht sagen, wie es ist. Und als sie das damals umgedreht haben bei Logic, da war ich todunglücklich. Und seitdem habe ich bei jeder Logic-Version meine Key-Commands so umgestellt, dass es wieder so wie früher funktioniert. Ja, aber es ist natürlich dann auch eine... Ja, ey, musst du selber klarkommen. Du kommst ja offensichtlich klar. Hier hast du ein eigenes Ding, ne? Ja, eben. Das war auch so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, auf der anderen Seite, also wenn du Amateur bist, das System ist so unschlagbar günstig bei dem, was es leistet. Ey, finde ich auch. Also neulich war ein Künstler hier, der hat mir gezeigt, dass es so vorgefertigte Loops gibt. Und ich so, was? Und er hat so rechts auf so ein Loop-Ding gedrückt. Und er meinte so, du brauchst einen Shaker. Ich sage, ja, mach mal Shaker an. Und dann sind da so 30 Shaker untereinander und du kannst es dann in Realtime zu deiner Mucke hören, vorausgesetzt du hast den Ding direkt gelaufen. Und ich so, boah, ist das geil. Was es alles gibt. Ich weiß von Logic ungefähr 20%. Also alles, was dazugekommen ist, so... Es gibt wahrscheinlich so Time-Stretch-Sachen und so, wahrscheinlich so vollgeile Sachen. Aber ich weiß, die noch nie benutzt habe. Ja, die gibt es, aber es ist ja in der Tat so, wenn du wirklich, wenn deine Passion live, emotional echt direkt eingespielte Musik ist, was willst du denn da noch mit Time-Stretching machen? Naja, manchmal muss man ja. Wenn du mal das Nerv verschieben willst oder so, dann wäre das vielleicht nicht unpraktisch oder so, aber im Prinzip geht es ja auch mal im Schnitt. Ja. Das heißt aber, du hast sicherlich auch eine Grundausstattung an Plugins, mit denen du arbeitest. Ja. Wie viele von den ganzen Plugins, die du hast, das werden sicherlich nicht wenige sein, mit den, wie vielen arbeitest du wirklich konsequent straight durch und sagst, das sind, das ist, das ist... Ohne die kann ich nicht arbeiten oder die brauche ich auch nicht. Also ich habe acht Plugins von Wave und acht Plugins von, oder zehn sind es jetzt, von Universal Audio. Ich habe 18 Plugins. Punkt. Punkt. Super. Dazu kommen aber noch so, es kommen ausgesuchte Sachen von Soundtoys, wie den Decapitator, der Siemens-Filter und das Siemens-Filter. Das heißt das Filter. Das Filter. Es heißt das Filter. Wir sind hier in Berlin, da kommt es nicht mehr her, dann heißt es auch das. Das Filter. Das ist hier oben, wa? Super. Und, äh, Watt noch? Ja, den Echo Boy. Genau. Und den Valhalla. Also wir kommen also vielleicht auf, ich sag mal, maximal 30 Plugins. Aber es klingt ja nach einer Basisausstattung am Ende des Tages. Plus das, was Logic bringt wahrscheinlich, ne? Logic benutze ich dann zum Beispiel sehr viel, wenn ich in einem Studio bin, wo Logic läuft, und man macht schon mal so abends Raff-Mixer für die Künstler. Ja, ja. Und die kann ich dann bei mir aufmachen. Stimmt, genau. Weil ich habe dann genau die Plugins. Also was nutzt man das, wenn ich dann mit Plugins arbeite, die ich dann nicht habe? Dann nutzt man das nämlich gar nichts. Nö. Und fange natürlich dann an zu gucken, was kann ich dann später beim Mischen selektiv austauschen. Also wenn ich hier sage, okay, hier habe ich so einen 0815-Kompressor drauf, mal gucken, was dann eher so ein 1176 macht, wenn man den mal ein bisschen ankitzelt. Und auch, bin auch so, seit Universal Audio und seitdem auch Logic, seit Logic 10, also seitdem, seitdem ich auch fast eigentlich konsequent mit 88 Kilohertz arbeite und 24 Bit, vermisse ich in der analogen Welt, ehrlich gesagt, nicht mehr so Film. Also wenn es um das Sound-Design geht, mein Outboard schläft ruhig vor sich hin. Ich finde, es ist eine teure, schöne Tapete. Ja, sieht schön aus. Ja, genau. Manchmal benutze ich es auch, also ab morgen welche. Es gibt zwei Geräte, die wieder an sein müssen. Hoffentlich gehen sie noch. Die gehen noch. Die gehen noch. Nee, nee, also es gibt so ein paar Geräte, ja. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass ich den Unterschied nicht mehr höre. Ja, ist ja Lob an die Plugin-Hersteller am Ende des Tages. Ja, ich habe mal so einen Test gemacht. Da ging es um Summieren, passive Summierung mit zwei verschiedenen Vorverstärkern am Ende und gegen Mix in a Box, also drei verschiedene Beispiele. War eine sehr, ging um 24 Takte mit Laut und Leise, Mono und Stereo, viel Dynamik. Und habe dann diese Stelle quasi mit drei verschiedenen Setups sozusagen gemischt. Und habe dann die Mixe parallel gelegt, habe die Phase gedreht und wollte wissen, was übrig bleibt. Wenn nichts übrig geblieben wäre, sei es so, da übrig bleiben würde, würde man denken, okay, hier ist ja eine komplette Auslöschung. Dann ist es so und so egal, digital, analog. War aber nicht so, sondern es war Tatsache so, hier blieb das und das Geräusch übrig, da das und das Geräusch und so. Also interessant. Damit war ja der Beweis ergeben, dass das wirklich was anderes ist. Und jetzt ging es darum, zu hören. Und dann kam der Blindtest. Herrlich. Und ich habe das zehnmal oder so gemacht und ich weiß, ich sage dreimal richtig und siebenmal falsch. Ja. Habe das dann noch meinem Kumpel gegeben, der sich auch damit beschäftigt hat, dem ja auch das Gerät empfohlen hat, den Summierer und so. Muss drüber, das ist alles ein bisschen offener, das ist geiler. Und ich so, ey, okay, was machen, was machen. Und er hat das dann nochmal bei, der war hier, konnte den Unterschied auch nicht hören. War dann, ist dann in sein Studio gegangen und meinte, ja, bei mir höre ich das so, ich glaube, da höre ich das ein bisschen besser. Und dann meinte ich so, Max, ganz ehrlich. Und dass es irgendwie 2000 Euro wird, das kann doch nicht wahr sein. Ja, plus den Aufwand, den du beim Mischen ja hast, weil du musst ja alles raus, wieder rein. Das heißt, du kannst ja auch nicht mal eben bouncen, wenn du den Künstlern was schicken willst, sondern du musst es aufnehmen in Realtime und was nicht alles. Ja, die Leute, man arbeitet nicht mehr linear. Früher ging es nicht anders, weil du ja, da gab es eine Session, da war das Band, da war das Mischpult. Und du konntest nicht zwischen den Songs hin- und herspringen, weil du müsstest dann auch das Mischpult umstellen. Ja, ja. Und deswegen musste man linear aufnehmen und heute muss man nicht linear aufnehmen. Ich kann bei dem heute die Drums für das Lied machen und morgen die Gesänge für die und die Band. Und in zehn Minuten kommt noch eine Geigerin vorbei, die wollte doch auf diesem Track von dieser Band spielen. Und das ist alles so zack, 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 zack. Komplett Total Recall. Ja, ist aber auch schnell geworden dadurch, das Geschäft, ne? Ja, ja, aber ich finde immer dieses Digital-Analog, so analog hat seine Vorteile. Wenn es eine Bandmaschine gibt, es gibt Geld für Band, dann ist das einfach was Geiles, weil es ist schon ein Unterschied, ob man dann vor Band oder hinter. Ich sehe dann einen Roland Space Echo, der E201. Ja, das haben wir richtig fertig gemacht. Das ist auf dem ganzen, auf dem KIZ-Album, auf dem letzten, ist das so einer der Hauptklanggeber. Wir haben quasi alle MIDI-Instrumente da durchgejagt. Damit die Leben kriegen. Ja, jetzt ist das komplett im Arsch. Schade. Das haben wir richtig gerockt. Oh Gott. Aber die Platte klingt, ich finde ja, die klingt super. Dann hat es sich ja gelohnt. Vor allem immer, man hört es ja immer schon, das fängt immer so an und so Eier, Eier, Tanz, und dann merkst du schon, wie fertig alles ist, weil es nur noch am Eiern ist. Aber es gibt ja diese Romantik irgendwie, dass man mit diesen, ich habe ganz oft schon geguckt, ob ich mir das da hinstelle und dann habe ich irgendwann gedacht, also erstens, wenn ich das haben will, kann ich es mir von Universal Audio kaufen, wenn ich diesen Effekt haben wollte. Zweitens, das einzubinden ins Setup, dass es auch funktioniert, dass das Band richtig läuft, ich glaube, das ist alles sehr, sehr aufwendig. Denn man muss es lieben. Ja, genau. Man muss es lieben und man muss auch solche Sachen eben wie linear arbeiten, muss einem schon gefallen und so. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass Element of Crime haben früher zumindest aufzugearbeitet, die sind für drei Tage ins Studio gegangen, um zwei Titel aufzunehmen und zu mischen. Fertig. In drei Tagen. In drei Tagen. Immer ein Titel, also zwei, also aufnehmen, mischen, fertig. Fertig, nächste. Und dann, wenn sie das nächste Mal sich treffen, zwei andere Songs, aber immer mit mischen und immer fertig machen. Ja. Und dann ist es vorbei. Aber dann, das heißt ja auch, die committen sich, die legen was fest, die nehmen was. Ja, aber die Arbeit ist halt für mich eine total schöne, weil du nimmst dann analog auf, du weißt alles hier, es gibt einen Kratzen, das hast du nicht gesehen, du kommst ja gar nicht in die Situation, du brauchst keinen Total Recall. Aber die schreiben auch nicht im Studio, oder? Ja, es gibt auch keine Plattenfirma, die dann sagt, kannst du nochmal mit dem Mix mit 10 dB lauter Dingsterbombs machen. Also, das gibt es halt dann nicht. Aber es ist eben auch Element of Crime. Ja. Hallo. Ja, aber wie gesagt, die kommen ja dann auch nicht zum Schreiben ins Studio. Die sind ja so wie früher, die haben geübt, die haben den Song geschrieben, die haben den fertig gemacht und kommen dann ins Studio, um ihn aufzunehmen und nicht zu gucken, was passiert hier im Studio. Ja, ganz sicher wissen sie, was sie aufnehmen wollen. Wie gut das vorbereitet ist, weiß ich nicht, war ich nicht Zeug. Aber sie werden natürlich garantiert sich damit beschäftigt haben. Also, der Herr Regner kommt mir so vor, dass er seine Zeit nicht mit Unsinn verbringen möchte. Natürlich nicht. Ein sehr aufgeräumter Mensch. Sehr sympathisch, ich mag das sehr gerne, was er macht. Wenn du live im Proberaum aufnimmst, ist deine Abhöre die einzige Konstante? Hast du eine eigene Abhöre, die du zumindest mitnimmst? Oder einen eigenen Kopfhörer, auf den du eingeschossen bist? Oder ist auch das Wumpe? Wumpe. Ich nehme das, was da ist. Und hier hast du schon deine, nicht fetten Boxen, sondern deine Boxen, auf die du eingehört bist, an dem Punkt? Ja, natürlich. Und wenn der Masterer später sagt, ich muss da gar nicht mehr so viel machen, dann denke ich so, ah, ich höre richtig. Offensichtlich. Und wenn du mischst, sagen wir mal, du bist kurz vor Ende, läufst du durch den Raum, hörst du dir deinen Mischen? Nein, nein. Ich bin auch ein schlechter Mischer. Also da hilft es auch nichts, wenn ich durch den Raum gehe. Nee, es gibt ja Leute, die sagen, okay, mein Bass irgendwie ist, hier höre ich den Bass anders als da. Wenn er hier auch gut klingt, dann ist er vorhin. Ey, hier ist eine Glasfront. Was soll ich machen? Oder im Flur, wenn ich da alles höre. Und ich arbeite immer mit auf einem Fenster bei jeder Aufnahme. Ich habe ja so ein Elsternpärchen, die auch immer ganz gerne reinnölen. Ja, sehr gut. Aber letztlich, man hört es so und so nicht. Nee, dieses ganze Voodoo ist aber... Voodoo. Ja. Voodoo. Voodoo geht auch anders. Ja, man sucht ja immer so nach dem einen Ding, was jetzt den Megamixer ausmacht oder was den nicht ausmacht. Zumindest wir Amateure suchen danach. Aber am Ende des Tages ist es ja umso erfrischender zu wissen, was natürlich Erfahrung ist, kannst du mit nichts wegmachen. Du weißt natürlich, was du tust. Aber am Ende des Tages kochst du auch noch mit Wasser. Und das Wasser ist bei dir auch 100 Grad heiß, wenn es kocht. Und genau wie bei uns. Und ist auch genauso nass. Ja, was halt nicht dabei ist, ist tatsache Geschmackssicherheit. Wenn du mit jemandem arbeitest, der geschmackssicher ist, fallen Entscheidungen einfacher. Es ist einfacher, Entscheidungen zu treffen. Ja. So meine ich es. Es sind, weil die Leute irgendwie Eier haben, weil sie Erfahrung haben. Und wenn man sagt so, ey, so, lass es so machen, lass es so machen, ja, okay. Dann ist das eine starke Synologie. Das ist aber dann nicht nur der Mischer oder der Audioingenieur in dir, sondern vor allem die Produzentenseite, die ja gefragt ist. Der Typ, der auch eine Vision hat von dem Ding, der auch einen Tipp geben kann, den die Band vielleicht nicht hat. Oder sagt, das macht mehr Sinn darunter. Meine Vision geht original bis zum Raffmix. Also in den meisten Fällen mische ich, ich mische ja mein eigenes Zeug nicht. Das ist mir langweilig, weil da nichts mehr passiert. Dann ist der Raffmix, sage ich, es ist perfekt. Ja, bitteschön. Wenn ihr es mischen, also ich würde es so zum Mastern geben, dann sagt der Masterer, ey, damit kann ich nicht so viel anfangen, weil wir haben keinen Druck hier. Ich kann es zwar laut machen, dann ist es aber nur noch matschig. Also muss irgendjemand, muss ich jemanden finden, der das Gefühl des Raffmixes so in Form bringt, dass man sich halt mal eher fünf Minuten mit einer Spur beschäftigt. Weil ich bin einfach zu faul dafür. Ich höre mir nichts mehr, ich höre mir keine Solospuren, ich höre noch keine Bassdrum im Solo. Das ist, was für eine Zeitverschwendung. Das macht bei deinem Setup ja sowieso keinen Sinn. Ich muss das ja sowieso als Gesamtes hören. Genau, exakt, exakt. Weil ja, man muss es ja so und so als Ganzes wahrnehmen. Und, ja, ey, da kann ich nicht mehr. Also Tatsache höre ich einmal, ich höre die Band, Quatsch, die Bassdrum, Tatsache Solo. Und zwar einmal in dem Moment, wo ich, bevor ich eine Aufnahme starte, lasse ich den Schlagzeuger einzelne Trommeln spielen. Damit du sie einmal hast. Damit ich sie einmal habe, nicht um zu samplen, sondern ich muss mir die Wellenform angucken. Weil manchmal kann ich, höre ich nicht gut in der Regie oder wo immer ich da bin und kann beim Phasendrehen nicht merken, ob ich in Phase bin oder außerhalb der Phase. Und dann hilft mir die Optik natürlich. Und dann bin ich natürlich auch mal gezwungen, die Bassdrum mit der Wurst zu hören. Wenn es zum Beispiel so ist, manchmal ist es eindeutig, manchmal sieht man es schon so, ja, hier ist ja easy, das ist ja schnell geklärt. Aber manchmal bin ich in einer Situation, zum Beispiel, wenn ich Workshops gebe, dann ist man ja in einem Studio. Ja. Und dann ist es dann so, das ist dann die Wurst, dann ist dann die Bassdrum und das ist irgendwie nicht in Phase und nicht aus der Phase. Und also, verstehst du, was ich meine? Ja, so richtig hören, tust du nicht, was passiert. Genau, aber das muss ich quasi irgendwie im Solo hören. Also die Bassdrum zur Wurst, ich muss dann hören, ist das jetzt, ah, nee. Was ich hinaus will, ist Phase drehen, ist immer so eine Sache. Man kann es eben auch als Instrument sehen. Ja. Außer Frage. Und gerade jemand, der sich mit einer Wurst beschäftigt, ist zwangsläufig, muss er sich damit auseinandersetzen. Weil wir alle, ich meine, die Bassdrum ist das einzige Mikrofon, das quasi ein Instrument von unten oder von hinten aufnimmt. Da ist so und so immer schon ein Dreher zu allen anderen drin. Und die Wurst macht es natürlich dann nicht einfacher, weil sie ist ja zur Snare-Bahn-Erdon-Phase und zu der Phasen gedrehten Bassdrum. Weil die ja in der selben Richtung sind. Und das dann zu sagen, da muss man Entscheidungen treffen. Also wenn du sagst, ich will es so lieber, dass es eher in dem oberen Mittenbereich Gas gibt, also Rock, nennen wir es Rock. Dann drehe ich die Phase eher so, dass es eher dünner wird unten und aber die Snare-Drum schön lecker bleibt. Wenn ich Reggae aufnehme, drehe ich es um, dann ist dann die Wurst quasi obenrum so kreblich, aber unten im Bassbereich rutscht die Bassdrum eine Oktave nach unten. Und das ist das dann eher, was du dann brauchst, wenn du so mit Fettbass und Tiefarbeitest. Also da wird dann die Phase zu einem kreativen Ding. Das kannst du dann so, ah, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Manchmal, wie zum Beispiel bei Workshops, muss man dann ja dann aufstehen und nochmal das Mikrofon verändern. Das muss man machen. Dafür kriege ich ja auch Geld. Damit du dich auch bewegst. Na, die wollen ja auch den Unterschied dann hören. Ja, okay. Das ist so. Den musst du auch so ein bisschen. Ansonsten bin ich ja zu verholen. Nie im Leben aufstehen. Nee, aber manchmal muss man es machen und sagen, ey, weil es hast dann, was weiß ich, eine 28er Bassdrum und die Snare ist aber irgendwie so. Oder verstehst du, was ich meine? Es gibt so manchmal so Sachen, da muss man irgendwie so, äh, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Irgendwie geht es dann aber schon. Man wird schon etwas finden. Und dann muss man eben auch so musikalische Entscheidungen treffen. Ja, aber dafür, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass das genau das ist, wo ich sage, das ist eigentlich die Magie, die du mitbringst. Nicht, ob du weißt, wie der Equalizer sonst irgendwie benutzt wird, sondern dass du eben weißt, im Reggae muss ich die Bassdrum da und da hinschieben, die muss ich von so und so drücken und im Rock etwas höher, dafür habe ich den Bass dann drunter oder sonst was irgendwie. Das sind ja so Sachen, die du nicht lernst, ne? Nö. Oder du musst halt viel hören im Zweifel, ne? Ja, aber selbst ein blindes Huhn findet ein Korn jemand, der noch nie Tontechnik gemacht hat. Und was ist denn das für ein Dreher? Also so ein Kreis mit so einem Schrägstrich. Da drücke ich mal dagegen und sage, boah, klingt nach Reggae. Ja, klingt nach Rock. Also, weißt du, das kann jeder, jeder, der es zum ersten Mal macht, sogar eine Putzfrau, wenn sie dagegen drücken würde, sagen würde, boah. Okay. Ja, aber jetzt pass auf, ich kriege ganz oft die Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich das mache? Und meine Antwort... Was sagen dir denn deine Ohren? Ja, meine Antwort ist dann nur, mach es und hör zu, was passiert. Ja, genau. Weil dann kannst du dir selber die Frage beantworten, was da passiert. Das ist ja nun mal so. Ja, das ist noch was. Und wenn ich so viele Mikrofone an einem Schlagzeug habe, je mehr Mikrofone ich habe, desto mehr Phasenauslöschung habe ich. Also ich muss ja davon ausgehen, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Deswegen bin ich natürlich auch davon weggekommen, 20 Mikrofone für ein Schlagzeug zu benutzen, weil dadurch klingt es nicht fetter. Im Gegenteil. Im Gegenteil, genau. Was sagt denn mal jemand, alles was sublim ist, subtil ist, ist und so scheiße. Ja, aber was... Was aber Sinn macht, wenn heute Mucke so laut ist. Es wird alles so nach oben geprügelt. Ja, ich hab das... Und du kannst es nur so laut kriegen, wenn du diese subtil, sublimen Sachen halt rausziehst. Das ist schon so. Dann wird es halt transparenter. Es wird teiter, es wird lauter dadurch. Aber Blech ist ja heute der Trend auch nicht mehr beim Schlagzeug, ne? Also wenn ich mir viele Produktionen anhöre... Meine Sachen sind Vollblech und alle immer verzerrt. Also Blech, Blech und immer schön laut. Und so. Ich finde es geil, wenn es Busch macht. Ja, finde ich auch geil. Aber wenn du heutzutage einen Mix hörst, dann hörst du eine Bassdrum, die fast genauso spitz ist wie die Snare. Ja, das ist halt... Die unterscheiden sich halt nicht mehr wirklich großartig. Und dann hast du ganz leise links im Becken. Das ist mir immer klasse, wenn dann im Refrain, wenn dann der Drummer, natürlich die reden hier von krassester Klick-Track-Produktion, dann kommt dann der Refrain und dann geht der aufs Becken, ne? Dann ist das immer so ein leises Geräusch. So irgendwo rauscht es. Jetzt auch ein rosa Rauschen hochziehen können, ne? Das ist ganz krass, weil der Beat hört auf. Also das, was eigentlich wichtig ist, hört auf zugunsten einer Emotion. Weil eigentlich ist ein Crashbecken eine Emotion. Aber es ist dann... Das findet nicht statt. Und da war die Bassdrum, so ein Ditsch. Ditsch. Das ist so lustig. Da lauert er mich auch mal kaputt. Bei einer Wurst, würdest du was hören? Du würdest... Also du hättest einen unfassbaren Wald von Becken drauf und das ist laut. Und dann meinst du, okay. Sehr geil. Moses, wir kommen langsam zum Ende. Die 30 Minuten sind lange um. Ich glaube, wir können noch lange sprechen. Zum Schluss, wie immer, meine Frage. Drei Plug-ins für die einsame Insel. Also wenn du sagst, du hast knapp 20 Plug-ins. Welche drei von denen sind die, ohne die du nicht arbeiten würdest? Kann man auch Bundle nennen? Deine drei Lieblingsbundle. Alles von Universal Audio? Nein. Nein. Ich meine, viele sagen zum Beispiel, ich brauche eine 1176 zum Beispiel. Der ist schon sehr wichtig für mich. Ja, weil er den All-Ratio-Button hat und damit wird er zu einer Waffe. Ja. Und eine Waffe dabei zu haben, also eine Audio-Waffe, meine ich, wäre auch dabei. Aber danach würde ich schon mich nicht mehr entscheiden können zwischen dem Siemens-Filter. Oder das, wie der Siemens-Filter. Das Siemens-Filter-Ding, na, das ist voll gut. Genau, das Siemens-Filter. Genau, ne, weiß ich nicht. Dekapitator finde ich ja auch immer. Also diese Zerrung. Also was zum Anzerren haben ist auch immer gut. Kriegt man aber auch mit einem 1176 hin. Insofern wäre der flach. Also ein Equalizer, ein Kompressor. Equalizer Siemens. Ja, Mann. Und noch was Halliges. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Valhalla oder EMT. Du musst gar nichts, weil beide haben ihren eigenen Charme. Ja, ja. Dann würde ich Valhalla nehmen. Valhalla ist einfach auch das Flexibelste von allen. Ja, damit habe ich sie. Ja. Vielen Dank, Moses. Ich bedanke mich für die Zeit. Wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut bis dahin. Jassas. Jassas.